Liebes internationales Filmfestival Braunschweig, liebe Jury, wir freuen uns sehr über den Green Horizons Award 2020. Ich bin ja zwar gerade in unserer Firma Pier 53 alleine, alle Kolleginnen und Kollegen sind im Homeoffice, aber ich soll von allen ausrichten, wir haben uns ein Loch in den Bauch gefreut, als wir davon erfahren haben. Wir freuen uns auch sehr über die 2500 Euro Preisgeld, die uns natürlich unterstützen werden, die nächsten Projekte anzuschieben, womit wir schon angefangen haben. Aber es ist immer so, bei so großen Projekten, dass man, bevor man die ersten Gespräche dazu führt, schon relativ viel Zeit und Geld in die Entwicklung dieser Stoffe stecken muss und dabei wird uns das Preisgeld mit Sicherheit sehr helfen. Für mich als Dokumentarfilmer ist dieser Preis wichtig, weil es nicht nur in Atomkraftveräber um die Auseinandersetzung mit einem Menschheitstraum geht, den ich persönlich für gescheitert halte. Es geht auch um die Auseinandersetzung, um die Atomenergie und ihre Folgen als solche. Denn der Klimawandel wird inzwischen spürbar für Gesellschaftsschichten, die sich vielleicht in den vergangenen Jahren ein bisschen schwer damit getan haben. Das anzuerkennen und zuzugeben, dass der Klimawandel da ist. Und entsprechend werden die Diskussionen um die CO2-ärmere Atomenergie in den nächsten Jahren und mit dem deutschen Ausstieg auch nicht aufhören. Und vor dem Hintergrund ist es, glaube ich, wichtig, sich an der Debatte um die Sinnhaftigkeit der Atomenergie zu beteiligen. Denn ich glaube, das zeigt Atomkraftveräber, glaube ich auch, dass Atomenergie nicht nachhaltig ist, dass es sehr teuer ist und dass es uns für Probleme stellt, deren Lösungen Jahrzehnte dauern wird. Und deshalb ist dieser Preis für mich wirklich eine schöne und wichtige Auszeichnung. Atomkraftveräber bedeutet für mich persönlich das bisher aufwändigste Projekt meiner Karriere. Ich weiß, dass ich 2016 mit meinem Kompagnon Hauke Wendler, mit dem ich die Firma P53 zusammen betreibe, bei einem Q&A in einem Kino auf der Bühne gestanden habe. Es ging um unser aktuelles Projekt damals. Und Hauke sprach darüber, dass das Projekt schwierig sei, aber dass man eben manchmal durchhalten müsse. Und wenn es immer ein paar Jahre dauert, muss man durchhalten. Mein Kollege Carsten Rau, sagt er, hat zum Beispiel gerade ein Projekt angefangen zur Atomkraft. Total schwierig, aber egal, wenn das vier, fünf Jahre dauert, dann ist das eben so, dann muss man das eben durchhalten. Und ich muss ein ziemlich entsetztes Gesicht gemacht haben, weil das Publikum anfing zu lachen. Weil ich mir zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht vorstellen konnte, dass es tatsächlich mal so lange dauern würde, diesen Film fertig zu machen. Wenn ich es gewusst hätte, weiß ich nicht, ob ich den Film angefangen hätte. Letztendlich bin ich sehr froh, dass wir das durchgehalten haben. Und ich freue mich sehr über den Preis Green Horizons Award des Internationalen Film Festivals Braunschweig. Vielen Dank dafür.